Die Abwechslung macht Sneak-Review im Kino-Center Heidenheim und Kinopark Ahlen. Was läuft? In jedem Fall ein absoluter Top-Film vor dem offiziellen Kinostart. Hin wem lohnt sich? Tickets für nur 5 Euro. Mehr unter kino-hdh.de und kino-aa.de Ja, ein paar Worte zum Spiel. Es war ein spannendes Spiel, hart umkämpft. Ich denke, wir haben unsere Chance gehabt, das Tor zu machen. Bei diesen Temperaturen, der, der das Tor macht, bringt das Spiel. Wir haben leider unsere Chance nicht gemacht. Wir kriegen dann das dummes Tor. Und deswegen hat dann die ZK-SV gewonnen. Glückwunsch zum Klasse-Erhalt am ZK-SV-Gegner. Ich kann nicht da eh dazu sagen. Gerade aber, so läuft es halt. Das ist Fußball. Das ist Fußball. Man muss sich immer der Bessere gewinnen. Ja, wir sind natürlich überglücklich. Überglücklich, dass wir es endlich geschafft haben. Meine Mannschaft hat es von Anfang an gewollt. Man hat es gesehen. Zwar war eine Universität drin, aber ich denke, am Ende hochverdient. Wir haben immer daran geglaubt. Und am Ende haben wir es geschafft. Und wir sind heute überglücklich. rends. Wir sind heute überglücklich. 婚